Servus und herzlich willkommen zurück zu Lesbio Minecraft. Ja und... Ich wusste gar nicht, dass ich so viel habe. Ja, ähm... Als erstes mal, ich hab diesmal vorhin ein bisschen auf eure Kommentare einzugehen. Was wollte ich nochmal machen? Ja, schlichtweg. Es gab nämlich ein paar kleine nette Kommentare, auf die ich dachte, komm, darauf müsste ich mal eingehen. Nämlich, einmal haben welche geschrieben, Scythron, du bist ja noch nicht viel DIA, bist aber schon bei Folge 108. Ja, das liegt daran, ähm... Ich hab mich bis jetzt noch gar nicht dafür interessiert. Irgendwie ansatzweise DIA zu finden. Die DIAs, die wir gefunden haben, waren eigentlich so gesehen zufällig. Ähm... Ich hatte sozusagen daran kein Interesse eigentlich. Schlichtweg, weil wir brauchen so gesehen auch nicht viel DIA. Also momentan brauchen wir eigentlich überhaupt gar keinen DIA. Ähm... Ja, deswegen ich mich eigentlich überhaupt nicht daran irgendwie gemacht habe, irgendwas sowas zu suchen. Dann, ähm, haben ein paar Leute hingeschrieben, ähm, hat mir auch nochmal jemand hingeschrieben, ich sollte mir doch mal ein Thatcher-Pack besorgen. Da gebe ich dir auch recht. Jo, Thatcher-Pack brauche ich. Ähm... Problem ist nur, Thatcher-Pack ist schon drinne. Aber, ähm... Ich zeig's dir mal kurz, wenn du's nicht glauben willst. Ähm... Optionen, Grafikeinstellungen... Ähm... Bin ich grad blöd? Nein, hier war's nicht. Wo ist hier Chat... Äh, Twitch-Subs... Ressourcen-Pakete. Wie ihr schon seht, ich krieg es nicht hin, dass der sagt, okay, hier ist ein Thatcher-Pack. Also ihr seht, hier ist ein Thatcher-Pack, ne? Ausgewählte Ressourcen-Pakete. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier wegbekomme. Eventuell muss ich das hier hier hinschieben. Aber auf jeden Fall, der hat das schon ausgesucht. Ich hab... Alles mögliche schon probiert. Es klappt einfach nicht, das Kack-Ding da irgendwie zum Laufen zu bekommen. Ähm... Deswegen, ich krieg das nicht hin. Und dann noch hat jemand geschrieben, es fehlt die Unterhaltung, Zeitron. Ja, ich freu mich immer über solche Kommentare, wenn mir jemand sowas schreibt. Aber bitte schreibt mir doch, warum. Weil es hilft mir nicht, wenn ihr mir hinschreibt, ja, es fehlt was, aber nicht schreibt, wie ich es verbessern kann. Das ist so ein bisschen... Wie soll man ausdrücken? Sinnlos? Nutzlos? Okay, nutzlos ist es jetzt nicht. Aber es ist doch schon sinnlos, sowas zu machen, meines Erachtens. Erachtens, weil... Ja, es bringt... Ich kann damit einfach nichts anfangen. Ähm... Außer halt eben, dass da ein fucking... Nope! Alter! Mink, mink! So, ah, die... Funktionieren wenigstens. Nein, da explodierst du besser nicht. Glaub mir, das willst du nicht. So. Ja, im Grunde eigentlich, deswegen... Ja, das wären eigentlich so meine Bitten, wenn ihr sowas schreibt, einfach mal hinschreiben. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Okay. So. Ich hab doch hier noch so ein Skelett gehört. Oh, ne. Und mal... Was? Oh, ne. Jetzt muss ich hiermit kämpfen, oder was? Oh, ne. So. Gut, eben nochmal schnell mit einer Axt drauf rumgehauen. Muss man auch manchmal machen. Aber wie ich sehe, wir haben einfach so viel sinnlosen Kram, die wir einfach nicht loswerden können. Doch, warte. Ein bisschen können wir noch... Nein. Wir brauchen erstmal ein neues Schwert. Bevor wir hier überhaupt noch irgendwas anderes machen. Erstmal, warte mal. Ja, da müssen wir loswerden. Ein bisschen Koppeln müssen wir auch loswerden. Ähm... Diorit müssen wir auch loswerden. Granit. Haben wir Granit? Ja, wir haben Granit. Müssen wir auch loswerden. Andersit. Ähm... Hier haben wir auch noch Andersit. Gut. Ähm... Lapisgold. Eisen. Ja. Und eben, wenn wir uns hier mal die Diamantentruhe angucken... Ich hab einfach nie so direkt nach Diamanten gesucht. Deswegen, also... Hm. Toll. Ich werd' mir eventuell nach Diamanten suchen, wenn ich vorhabe, den Enderdragon zu plätten. Aber selbst dafür benötigt man eigentlich auch nur ne Eisenrüstung. Ne Diamantrüstung ist nicht vonnöten, Leute. Deswegen, also... Ich weiß nicht, warum ich mich voll Dia machen sollte. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich kann stattdessen Farmen machen, etc. Das ist viel sinnvoller, wenn ich mir hier erstmal solche Farmen machen und so. Also... Also... Pfff... Wenn ich das so machen wollte, dass ich direkt alles so direkt habe, dann würde ich doch nicht das so spielen. Ich spiel das ja so, wie ich das möchte, ne? Also... Ne, wenn ihr das gerne so spielt, dass ihr direkt, ähm... Full Dia seid, dann... Bitte sehr, ich störe euch daran nicht. Aber... Mir ist das egal. Wollte ich nur mal angenehm haben. Äh... Deswegen. Äh... Haben wir eigentlich... Ne, jetzt habe ich das vergessen oben, was ich mitbringen wollte. Nämlich Holz. Ich riesiger Vollidiot, ey. Kann mich ja bitte schlagen. So, dann müssen wir jetzt nochmal kurz... Eisen... Äh, nicht Eisen. Holz müssen wir holen. Ah, dann haben wir das auch schon alles. Ah, jetzt garantiert unten wieder irgendwo eine Spinne. Ähm... Schnee, Obsidian, Kohle. Genau, Holz war ja hier. Nein, hier war Weizen. Rechenholz, Brotter und Tiefen. Dann haben wir jetzt auch nochmal kurz was. Das müssen wir nochmal kurz verkraften. So. Rechenholz. Nice. So, damit haben wir jetzt auch schon wieder genug. Was ich mir auch nochmal kurz mache, sind ein paar Fackeln. Wenn wir schon hier dabei sind, alles mögliche zu machen. So. Wir könnten auch mal wieder in den Never gehen und uns nach einer Lohnroute umgucken. Damit wir auch mal, äh, uns Tränke machen können oder so. Aber auch das benötigen wir eigentlich so direkt nicht. Deswegen, also da seht ihr das, dass es mich nicht sonderlich interessiert. Außer das mit dem Thatcher-Pack. Da muss ich euch leider recht geben. Da muss ich euch volle keine recht geben, ne Leute. Aber wie schon gesagt, ich hab's schon... Ich probier das ja schon aus. Es geht einfach so nicht, ähm... Deswegen. Ja. Hm. Da muss ich gucken. Da muss ich einfach mal gucken. So. Das haben wir am besten so rein. Damit das hier nicht so sehr stört. Dann machen wir hier nochmal. Fertig, so. Ja, und hier haben wir halt eben den fetten Spawner. Ah ja, genau. Wo wir... Sorry. Wo wir auch noch unten das machen müssen. Genau. Wir wollten ja von oben das Wasser sozusagen da oben aus den Ritzen fließen lassen, dass es hier runter geht. Eventuell. Hm, ich bin grad am überlegen. Sollten wir das eventuell so machen? Dass die sich hier nicht festkrallen können? Ne. Das sieht stockhässlich aus. Das sieht so schön... Ah, nee. Wir machen das so, auch wenn's die Effizienz der Farmer ein bisschen vermindert, aber... Hey. Was soll das schon? Was soll der Geiz? Hm. Eigentlich müssen wir das doch gar nicht bis ganz nach oben machen. Die, ähm, spinnen... Wir müssen das eigentlich nur bis dahin machen, so. Dass das hier so entsteht. Insofern... Oder... Wir schmeißen das einfach runter. Nein. Insofern einfach mal bitte... Ich labere eh noch Scheiße. Insofern bringt's ja auch nicht fehlen. Also einfach mal bitte, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, bitte schreibt auch, wie ich das verbessern kann. Es ist ja schön und gut, ne? Wenn ihr seht, dass ich einen Fehler mache, ne? Schön und gut, ne? Freut mich auch drüber. Aber was nützt es mir, wenn ihr mir nicht sagt, wie ich's ausbessern kann? Einmal so. Das passen wir jetzt hier mal so aus. Ich hoffe mal, dass das passt. Das wäre sonst richtig scheiße. Weil ich würde... Bei mir wird das eh nicht passen. So. Wir machen ja... Ähm... Ja, gut. Nein. Ähm... Ähm... Hallo? Gut. Aber ihr müsst ja auch wissen, ich bin ja nicht Gronk oder so. Ich bin auch nicht GLP oder so. Ich bin einfach nur ein kleiner Möchtegern-Youtuber, der sich schon freut, dass er überhaupt die 100 Abos geknackt hat, ne? Insofern... Ich weiß nicht mal, ob das reichen wird. So. Ähm... Deswegen, also... Verspricht euch nicht bei mir zu fehlen. Natürlich. Ich will natürlich besser werden. So ist es nicht. Und ich übe ja auch. Wenn ich meine ersten LPs angucke, dafür hab ich mich geschämt, ne? Und jetzt mittlerweile... Mittlerweile kann ich ja schon mein... Äh... Mittlerweile bin ich ja schon so weit, dass ich sagen kann, hier... Könnt ihr euch angucken. Vorher war das ja wirklich so, da hab ich mir wirklich gedacht, oh Gott, das kann ich doch nicht rausbringen. Na klar, jetzt würden einige von euch sagen, Zeitraum, das kannst du immer noch nicht rausbringen. Das ist immer noch scheiße. Na, aber ohne Witz. Glaub mir, da sind bei meinen alten LPs, wenn ich mir... Zum Beispiel Yu-Gi-Oh!-Karte der Woche, ne? Da, das Video, wo ich das erklärt habe, ne? Da, 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 da hab ich mir auch so gedacht, Zeitraum. Okay. Ne. Glaub mir, das... Das musst du irgendwann ändern. Ah, da, 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 da... Wie, wie, da jemand an. Sorry, dass ich grad ein bisschen übrigens in Gedanken verwogen bin. Das tut mir ein bisschen sehr leid, aber ich... Ja, ich bin noch nicht so gut. Äh... Okay, was soll ich sagen? Ich bin jetzt seit fünf, sechs, sieben Monaten... Sieben Monaten, glaub ich, bin ich mittlerweile auf YouTube. Aktiv, mit anderen Worten, über ein halbes Jahr. Klar, man könnte jetzt sagen, Alter... Andere YouTuber sind da schon... Hundertmal so weit wie du, ne? Alter, glaub mir, da... Schlimmer geht immer. Schlimmer geht wirklich immer. Deswegen außerdem, ich hab ja noch zwei Vollspackos, die mir manchmal... Die manchmal in meinen LPs auftauchen, das ist ja... Schon so... Nein. Das ist ja einfach so, deswegen. Und... Ja, voll dir, interessiert mich einfach nicht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Sehe ich keinen Nutzen drin. So, liegt hier irgendwo noch eine Fackel rum? Ja, hier haben wir halt das Problem mit den Fackeln. Also. Ähm. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. So, so sehr. Ich hasse das. Ah, wie. Ich hasse das. So. Ich hasse das. Wir hatten wir noch nicht genug Fackeln haben. Ich krieg die Krise. Ähm. So. Jetzt sollte ich doch genug haben. So. Für eine schöne Beleuchtung. Machen wir am besten sowas hier. So. Ja, jetzt haben wir das ja auch schön ausgeleuchtet. Insofern. Ich finde, die Fackeln sind dafür auch besser geeignet als sowas an, als Glownstone oder so. Deswegen, also. Ja, passt schon. Vor allem, wir haben hier unten eh alles mit Fackeln und ich finde auch Fackeln relativ gut. Wie viel haben wir hier jetzt schon? Okay, wieder ein Stack. Das ist aber immer noch ein bisschen wenig. Ähm. Deswegen, also. Hipsch. Äh, ne, ich verliere die heute. Wir müssen ja jetzt unten noch arbeiten. Ey, ich riesen Spacko. So. Und wir schlagen hier wieder unseren Shell dran. Äh, ich muss mir das angewöhnen, das breiter zu machen. Obwohl das hier schon drei hoch ist, aber. Oh, eigentlich. Es geht. Eigentlich. Flüssig hoch kommt man, aber nicht runter, ne? Ne, runter nicht. So. Haben wir hier eigentlich noch Fleisch? Nö. Gut, dann müssen wir uns das jetzt nochmal angucken. Wie machen wir das? Also, ähm, das Wasser fließt hier runter. Ähm. Bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen, holen wir uns erstmal Wasser. Bevor wir irgendwas anderes anfangen. Ich, ich bin einfach so ein bisschen zerstreut. Das tut mir sehr leid. Aber hey, so bin ich halt eben. So. Nope. Oh, schon wieder zappen, du bist da. Ach, nö. Nicht so ein Enderman. Bist du jetzt da drin, oder was? Ne, da ist man. Wo bist du jetzt? Wer hat da her? Enderman. Da hinten. Hey. 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 Also, ich fordere dich hier nicht aus Spaß heraus, ne? Also. Solche Enderperlen, die du manchmal dro... Oh, der verpisst sich. Ne, komm. Ich hab jetzt auch keinen Druck auf eine Verfolgungsjagd. So, dann können wir direkt... Okay, wir sind schon bei 15 Minuten. Damit schau bis zur nächsten Folge. Also, ich hab jetzt nicht vorgeschant. Ich wäre es nächstes halte quarter. Deswegen kann es nicht um die coher assume. Oh, ich sehe Natターfot. Ich sehe mich sieht dann nicht in der Stelle flow. Vielen Dank.